So und hier haben wir den nächsten Gast von den 85 Jahren, die hier heute Abend gefeiert wird. Wie hast du Volker und die Gabi kennengelernt? Im Ohren und da. Also vor zwei, drei Jahren? Nein, nicht ganz, anderthalb. Und wie hast du als Menschen zu schätzen gelernt? Sie sind super gute Freunde, wirklich. Angenehme Leute? Ja, genau. Okay. Geburtstagsexpress, was wünschst du um Volker und der Gabi heute Abend? Ich wünsche ihm zu einem 85. alles, alles Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit. Okay, und grüße einfach noch ein paar Leute. Ich grüße meine Schwester, meine Mutter, meine Tochter und all die ich kenne. Genau, und wir hoffen, dass deine Schwester heute Abend gewonnen hat. Ja, genau. Die haben nämlich heute Abend das Eröffnungsspiel gehabt. Ja, genau. Chefin, sei gegrüßt. Ich hoffe, es hat geklappt. Okay.